Ich ziehe mich vor meinem Verlobten aus und teste seine Reaktion. Hast du die Heizung aufgedreht? Du hast ja gesagt, die ist zu kalt. Es ist so heiß. Nee, ich muss mich direkt ausziehen. So heiß. Was? Mir wird es gerade auch extrem heiß. Hast recht. Die Hose muss auch. Dreh mal noch mehr auf, Schatz. Nein. Das ist der Vorsprung. Eins, zwei, drei.